ARD Text im Auftrag von Funk Ihr seid jetzt auf jeden Fall definitiv nicht mehr letzter Schatz. Das war eine gute Aufnahme gerade. Ja! Oh Mann, welcher Mensch soll das aus sein? Noch ein beschissener Keller, noch ein Aufzug. Die selbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal. Ja! Gut, David! Ja, oben! Was ist denn? Um 16a, was ist los? Einfach check! Ja! Sauber, David! Einfach voll Blubstürmer. Zweimal im Bayern, zwei Tore. David, was ist denn los heute? Sieht gut aus. Solltest du immer so spielen. Kops! Genau, das ist es! Ja! Genau richtig, Tim. Klasse, Tim! Klasse, Tim! Langsam, langsam! Nein! Und wieder geht noch die Feuer! Die Feuer! Und wieder geht noch die Feuer! Langsam! Wie geht's? Ja! 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 Schönes Ding! Was machen die denn da? Schieß doch einfach mal aufs Tor! Schieß doch einfach mal aufs Tor! Oh! Schieß doch! Oh! 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 Ja! Das kann auch nicht wahr sein! Das kann auch nicht wahr sein! Oh! Und Rot! Und Rot! Und Rot! Ohhhh! Das ist doch egal! Danke! Wie ist das nur gelb? Getimpt! Was?! Das ist ein Faul! Das ist ein Faul! Das ist ein Faul! Ich bin nicht zu weit! Wir müssen die Beine gehalten! Oh, Stima! Mann! Du brauchst dich frei! Mann, ey! Ich hoffe, dass mein Bein nicht wegkriegt! Guck! Guck! Nee! Alles weg! Jawoll! Deine Stimme! Ja, der aber, der nicht! Schade, Krische! Ganz toll! Hey! Hey! Sag mal! Ja, und geh ab! Kommt das ja an! Hey! Helfen! Helfen! Boah, das sehe ich von hier, ey! Was war das denn? Ja! Ja! Ja, genau. Sauerkriche! Und da! Oh nein! Lauf! 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 Geh einfach! Lauf! 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 Schie! Lauf! Schie! Lauf! Schie! Hey! Ja! Ja! Das kann nicht wahr sein! Junge, Junge, da kann ich nicht hinzufügen! Ey, das ist doch unglaublich! Jetzt aber! Oh Mann! Mann, ey! Damn! Du geiler Typ, du! Ja! 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 Scheiße! Scheiße! Ja! Ja-Ro! Gleiche Spielweise wie David! Hier ist der 6-1 Trainer! Herzlich willkommen! Runtergeflogen vom Platz! Aber ich habe mich entschuldigt! Schiri beleidigt aufs Gröbste! Koffi, könnte für ein Tor gut sein. Mathe, was ist ein Easy-Q? Affer, der in schwarz? Fob, ja, Fob! Fob, uuuuuh! Kein Schiedsrichter zu sehen. Kommt er oder kommt er nicht. Ansonsten kann Höhen aufpfeifen. Wie die siegreiche zweite Herren? Der Trainer? Käfel! Hier, ein Verbrecher. Wie hast du gesucht? Mit Fahndungsfoto? Ich hab dich aufs Celluloid gebannt. Ja, du siehst auch so aus. Ja, wir sind im Theaterstil. Komm bald raus. Ja? Ich bin gespannt. Jetzt kommen dann auch die Schiedsrichter. Tick, Trick und Track. Tick, Trick und Track. Tobi! Tobi! Ja, ich hab da nichts... Das sind Tick, Trick und Track. Ne, Freizeit. Ja, hab ich ja auch grad schon gesagt. Hat er wahrscheinlich gehört. Steck durch! Steck doch da durch! Oh, yeah! Freizeit! Sauber, Tobi. Schön gehalten, Tobi. Ich hoffe, das hab ich drauf. Ey! Vor! Raus! Raus! Jetzt mach mal das. Jetzt mal was verwertbar. Ey, jetzt lauf! Nicht beide! Schieß, schieß! Leiter! Auf geht's, Fischbeck! Das hat geblitzt doch. Bei mir im Arsch hat's grad geblitzt. Bei mir im Arsch hat's grad geblitzt. Kannst du mal nochmal... ... das geht hier vom KING doch. Fußball! Jawoll! Oli! 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 Nein, halt doch mal deine Schnauze! Statement. Ja, äh... Ich bin dafür, dass Thomas Wilke demnächst bei Gladbach im Tor spielt. Wär besser. Heimeroth hat da auf jeden Fall um Längen geschlagen. Ja. Obwohl der eine rutscht ihm auch durch die Hände. Das ist der Boden hier. Im Sturm willst du John oder David haben, denk ich mal. Ja, ich wär auch mit Cochi zufrieden bei Gladbach. Würde mehr bringen als... ... ob er ne will und... ... der ist der andere, der Freund. Wie ist denn das Spiel grad ausgegangen? Fischbeck hat gewonnen. Ja? Ich hab's aber nicht mitgekriegt. Ich hab keine Zeit heute. Was ist ein Affe da eigentlich? Ein Vorort von Fischbeck. Ich dachte eigentlich, Punktelieferant. Gut. Macht nix! Warte! Komm! Ja, da ist alle jeder Affe! Da siehst du! Komm! Kies! 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 Was ist Kies drauf? Kies! Sert! Oh, ist es schön! Kies! Kies! Komm, Fischbeck, weiter jetzt! Warte, mach mit, ihr rechts! Hilf ihn einer hier, Fischbeck! Oh, der Silberrücken. Der Silberrücken will schießen. Ich will Hagen schießen lassen. David! Felix! Rein! Variante in die Mauer! Ja, richtig! Na ja... Scheißfallstoß! So böse! Ja, das dauert doch zu lange! Ja, der kommt, Julian, komm! Und Spiel wieder breit machen! Rechts einer raus! Seft Quorn! Ja, man sieht nicht wirklich viel, glaube ich. Oh, Mann, Mann, Mann! Der liegt doch schon vorher am Boden, ey! Ja, Mann, Mann! Das ist drauf! Mathe! Das wird analysiert, ob das in Ordnung war! Das ist schon okay, ne? Oh, diese Woche anhöhlt alle Punkte! Ne, Mathe! Mathe Schuss wird nochmal analysiert! Jungs, konsequenter da vorne! Los, genau so weiter jetzt! Und seid wacher! Linie, Linie, Linie! Oh, hör auf! Ich hab den Videobeweis! Hagen, ich hab Videobeweis, alles klar! Freue nicht, Videobeweis reicht! Machen wir Datenabgleich, Gesichtsinterface und so'n Quatsch! Fingerabdrücke hab ich auch schon genommen! Und Dagi? Was sagst du bis jetzt? Das ist nun nicht das Gelbe vom Ei! Nein? Was können wir besser machen? Alles! Ich hab Videobeweis! Ballannahme ist scheiße! Kopfbälle werden nicht gemacht! Oh, da geht wieder keiner hoch, ey! Alle lecken wieder am Arsch! Alle lecken wieder am Arsch! Zwei Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen! Ja, sag schon, wir zehn Tore haben im Spiel! Ja, geil! Wie viele Tore hast du gemacht? Zwei Spiele, zwei Tore! Zwei Spiele, zwei Tore! Ja! Super, Malte! Da ist sogar drauf! Halt jetzt! Ja, der Mann! Boah! Genau wieder! Jetzt gern mal wieder. Und dann noch! Foul, Schiri! Nein, das ist scheiße! Wer hat doch schon mal wieder etwas sagen gemacht! Oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, was war das denn? Ich weiß nicht. Ja, sauber schon. So ein Scheißdeklänger wieder hoch von vorne mal. Gott ist Jesus.